Hey und Willkommen zu Razer Chroma Vorstellung in Verbindung mit The Sims 4. Was ist das eigentlich? Kurz gesagt, Tastaturen, Mäuse und Co. die leuchten dynamisch und passend zu The Sims 4. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Im Ladebalken gibt es zum Beispiel eine Leuchtanimation passend zum Plumbob. Die Geräte leuchten passend zur Farbe der Emotionen der Sims und noch mehr. Die Sims 4 unterstützt jetzt dieses Chroma genannte Feature und ein paar Razer Chroma Geräte hat mir Razer freundlicherweise für dieses Video zur Verfügung gestellt. Schauen wir uns das doch jetzt mal im Spiel direkt genauer an. Und zwar sind wir hier im Ladebalken und ihr seht es hier schon, die Tastatur, Maus und auch das Maus Bungie leuchten entsprechend passend zur Plumbob Animation. Spannend finde ich aber vor allen Dingen auch die Leuchteffekte für die Emotionen. Ist ein Sim glücklich, leuchtet alles grün, in Gelb beschämt, Orange bei Unwohl, Pink bei Coquette und Lila bei Verspielt. Das ist natürlich für alle Emotionen im Spiel entsprechend hinterlegt. Ein weiteres Feature sind die geheimen Welten. Die Leuchteffekte verhalten sich dabei entsprechend zur Umgebung der jeweiligen geheimen Welt. Das Ganze funktioniert mit Windows, aber auch mit der Xbox One Version des Spiels. In den D-SIMS4-Spieleinstellungen müsst ihr zudem unter Weiteres den Hakensätzen bei dynamischen Lichteffekten und Keyboard aktivieren. Und ihr benötigt die Razer Synapse Software, die es kostenlos als Download gibt. Dort könnt ihr das hinterlegte D-SIMS4-Profil aktivieren und den Geräten zuweisen, die Chroma unterstützen. Falls ihr euch dafür interessiert, ich habe hier die Razer Black Widow V3-Tastatur, die Razer Viper Maus und das Razer Maus Bungie. Diese haben alle die sogenannte Chroma-Unterstützung, die nötig ist, damit diese Leuchteffekte mit D-SIMS4 im Zusammenspiel funktionieren. Die Links zu den Produkten habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Was sagt ihr dazu? Habt ihr noch Fragen? Geiler Scheiß, nettes Gimmick oder total unnötig? Schreibt es mir in die Kommentare und wenn ihr auch Erfahrungen damit habt, könnt ihr diese hier gerne mit der Community teilen. Das war's von mir, vielen lieben Dank, Daumen nach oben nicht vergessen, euer Daniel. Mit der Windows, aber auch mit der Xbox One Version des Spiels. Das war's von mir, vielen lieben Dank, Daumen nach oben nicht vergessen.